Hallo, die Satanka, die Chefin von dem YouTube-Channel, den ihr hier guckt, hat mich gebeten, mein Jahr in vier Gegenständen zu beschreiben. Keine Ahnung, wie das Jahr wird, aber Gegenstände habe ich natürlich. Das hier ist Kataklamm, ein Skelett. Es heißt Kataklamm, weil das ist, hier steht es auch, Kataklamm, weil das ist die rumänische Onomatopoeie, die beschreibt, wie ein Skelett machen würde. Also das heißt, damit habe ich mit Sicherheit zu tun, mit alten Fällen, alten Skeletten und irgendwie sozusagen rappeln die und klappern. Dann haben wir des Weiteren Berlin, hier ist der Fernsehturm, könnt ihr sehen, da bin ich auch ganz oft in Berlin und Brandenburg, so wird das ja auf jeden Fall auch aussehen. Dann haben wir, was haben wir hier noch, einen Schädelhaufen, das ist so wie ein Fall, man hat einen riesigen Haufen mit Kram, aber da muss man halt gucken, was da drin ist, deswegen kann man den aufmachen. Und versuchen den Fall zu lösen. Was haben wir denn als viertes? Ja, als viertes nehmen wir mal Justitia hier. Das ist natürlich immer so eine Sache mit ihr und die Schlange, die daneben steht, denn Justitia, die kann ganz schön komisch sein. Die ist blind, aber leider manchmal auch ein bisschen zu blind, macht manchmal auch Fehler. Damit hat man auch zu tun und da versuchen wir natürlich, ihr ein bisschen Licht unter ihre Augenmaske drunter scheinen zu lassen, so gut das geht. Ich bin auch nicht unbedingt schlauer als alle anderen. So wird man ja aussehen. Und natürlich noch tausend andere Sachen werden auch noch passieren. Wir sehen uns. Tschö.